so leicht kann es passieren so leicht aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen oder jungs nein nicht da wir bauen jetzt erstmal tische und stühle auf und ich habe schon wieder irgendwo den ja habe ich schon wieder irgendwo den gabro tisch den holztisch ja genau hier nämlich so steinpilz tische bitte dort hinstellen was haben die hier für probleme was haben die für probleme hier die zwei was für probleme haben sie sie sind beide unhappy warum sind beide an happy das muss ich jetzt mal kurz kurz feststellen creature creature gen az status darfst präferenz ist ach so er wurde von einem unzufriedenen bewohner belästigt ok naja dann können wir auch nichts ändern weswegen ist er denn unhappy na gut er wird wahrscheinlich jetzt gerade die wut an unserem leader ausgelassen haben so jetzt können wir aber tisch platzieren oder weil der immer noch im workshop ist ach aber wir haben slabs äh engraved memorial slab ok die drei hier den da müssen wir engraven den da und den da und dazu setzen wir mal den task ach so wir promoten einfach diese tasks hier und dann wird am schluss wieder warcrafts hergestellt wenn wir natürlich genug memorial slabs dafür haben da müssen wir die nur noch aufstellen und dann ist alles gut weil dann die leichen kommen wir wirklich nicht mehr ran was ich verdammt ärgerlich finde so was sagen die die beiden dinger hier ist in arbeit hier wird immer noch gut was ausgehöhlt während der waffenschmied unten da bei der arbeit ist ok es geht ja langsam mit unserem vor nachher ist zur hilfe gekommen gut wir haben jetzt einige tiefschläge erlitten als wir den eigentlichen waffenschmied und unseren general jetzt verloren haben mitsamt einer kiste voll mit waffen und hier ist blut oder ja blut ok was sagen eigentlich die justice 101 tag im gefängnis soll der hauler weil er irgendwas nicht gemacht hat irgendwann werden wir aber ein gefängnis brauchen ja ist gut ein gefängnis und ein nicht gerade den hammer war eigentlich den sheriff den ich gerade nirgends sehe captain of the guard dürfte aber auch es auch erstmal tun das ist also die national sozusagen die nationalgarde ah gut meine hühner werden von ungeziefer geplagt klingt gruselig ah ja oh suspendet ja ich werde euch sehr dankbar dafür wenn ihr endlich mal die eimer holen würdet die da überall rumstehen jetzt komme ich noch auf die idee stocks buckets die auch noch zu dampen hat nicht 这些 Backpacks Wo sind die doofen Buckets? Floodgates Coffits, Slabs Cages, Barrels, Bins, Boxes Buckets, da sind sie ja Dump, 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 Dump So Jetzt haben sie noch mehr zu tun und zwar die ganzen Buckets zu dampen Und dies wurde wieder suspended, weil sich da Chaos rumtreiben Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Ja Kennst du das Constructions Interrupted by Kea? Ja Wo sind diese blöden Keas? So ein Creature Jetzt will ich es aber doch wirklich mal wissen Ein kleiner, grüner, intelligenter Gebirgspapagei Wo seid ihr? Hier Ihr fliegt irgendwo da oben rum Dort wo ich euch nicht erreichen kann Das würde ich einfach mal mein Squad rausschicken Welches hat denn gerade Dienst? Äh Sepp Covent Haben die Oceanic Palisades Dienst Also Squad Oceanic Move Vor die Tür So Sehr gut Ihr dürft mal eine Runde auf Keas ballern wenn sie uns hier zu nahe kommen Genau Sehr schön Ja Chaos töten Kriegt ja ein bisschen Kampftraining Da waren es nur noch 2 Keas War es noch ein Keas? Ja Gut Squad A Abrücken Leute Äh Stocks Ammunition Bitte alles Claimen Sehr schön Und so haben wir das Kea Problem mal ganz fix beseitigt Den wir einfach mal kurz unser Squad rausgeschickt haben Die haben nämlich jetzt alle Keas erschossen Vielleicht nicht gerade die feinste Art Aber es war effektiv genug So meine Zivilisten sammeln jetzt die Bolzen ein Und dann dürfte alles soweit gut sein Keas werden auf dem Müllhaufen geschmissen Und hey alles ist frei von Steinen Also Designation Property Reclaim So Und hier ist ein X-Pow Ich brauche Knochen Stein Knochen Stein Es gibt aber Knochen und Steine doch Hier oben sind Knochen Oder? Nein, hier sind nur ein paar Skulls Bei uns direkt sehe ich jetzt nicht Okay Animate Bitte Batsche mir mal Diese Reihe anrunden Gut Hier haben wir nämlich noch nicht genug Batschen wir auch gleich die damit Die erwachsenen Hunde dürften da für neue Erwachsene Hunde sorgen Da dürfte der da mit seiner Konstruktion beginnen können So Ich würde mal sagen Dann war es das erstmal wieder für diese Aufnahme Session Wir haben immer noch viel zu tun Wir haben jetzt in dieser Folge ein paar Rückschläge erlitten Ah ja, bevor ich es vergesse, das will ich noch schnell machen Build Äh N Nein, das sind Coffins Äh Burial Slabs Slab Und zwar bauen wir die Slabs genau auf der anderen Seite Cabro Slab Äh Nö Ich habe doch ein Grave gemacht Oder? Oder? Oder wurde vorher der Workshop geclaimed A new task Engrave Memorias Slab Äh V Ah, Slab engraved Aber irgendwie muss ich mir doch ansehen können Was ich für Slabs da platziere Äh Building Weapon Rack Slab eigentlich Alt S Placement Slab Ah, Expanse So Alt S Mit X expanden Äh, das war falsch Alt S X expandieren Und den da auswählen So Jetzt haben wir aber alles Wichtige noch gemacht So Die Steinstockpiles werden wieder gefüllt Mit Stein Dann können wir Ja Dann würde ich mal sagen Gibt es jetzt erstmal wieder einen Cut Also bis dann meine lieben Zwergenfreunde